Tunnel Huah, weg hier, weg hier, weg hier, weg hier Boah, gerade so weit genug weg Das ist wirklich Scheiße, was die hier gemacht haben Muss ich jetzt ehrlich mal sagen Das mag ich überhaupt nicht Vielleicht sollte ich mir auch so eine Battle Axe zulegen Und die dann mit Scheiße Jetzt bin ich dran vorbei Also eine Battle Was will ich mit Gold Was will ich mit Gold Muss ich einfach nochmal zurück Hoffe ich zumindest Dazu sage ich ja natürlich nicht nein Hier geht mir sowas von auf den Sack Das glaubt ihr mir ewig und drei Tage nicht Ach genug Jetpack habe ich noch Das ist schön Komm Mach an Und Durch Gut So So Wieder umstellen Und sonst wäre ich jetzt schon tot gewesen So Ich behalte natürlich das Gecheatet ja nicht Ich werde das direkt wieder weg Ich hole mir jetzt das andere und gehe nochmal zurück in den Nether Da war ich ja eigentlich Da ist Flintenstil Was ist denn das? Blackberry Killer healing Killer healing Okay Eating this probably isn't good for you Geil Geil Egal Ich gehe nochmal da rein Und hole mir Ähm Lava ab So So Und Wieder raus Hier Puh Wow So Schön Da kommt jetzt noch was rein Boah So Äh Puh Das war ganz schön Naja Aufregend Werd ich mal sagen So Weg Mit Euch Da haben wir noch zwei Backslabert Die können wir ja gebrauchen So Schade Wir haben nicht das gefunden Was wir wollten Muss ich ja leider sagen Aber Wir können jetzt Unser Schwert Komplett Aufrüsten Hoffe ich mal mit dem Quarz Was wir gefunden haben Wir haben dazu noch etwas von diesem Meikleit Und Wir haben wieder Framedops Also Äh Ja Genau dieses Iron Pick Oh Wollte ich mal gucken Was das macht Wenn Wir das Hier oben Reinstecken Da Nein Da Erstmal Nein Nicht den Extractor Sondern hier rein Was kommt da raus Das ist Äh So Frage ich mich jetzt gerade mal Iron Pick Steel Dust Das Wird wirklich zu Steel Schade Ich hätte gerne Direkt dieses Iron Pick Aber es geht wohl nicht So Na ja So Zack Haben wir acht Blöcke von Nein Falsches Teil Da Und Fünf Forma Fünf Herzen Das bringt nicht viel Also wir haben jetzt Fünf Komma Fünf Das sind Ähm Lasst mich Rechnen Das sind elf Grundschaden Zwölf Würden wir auch noch hinbekommen Stimmt Und Jetzt Werde ich einmal Für die Needle Dann Äh Einmal Ein Trip Zu irgendeiner Wüste Machen Die ich mir dann Aufschreiben werde Obwohl wir Haben Ja Eigentlich Wüste Hier vor Dem Haus Aber das Blaze Powder Habe ich leider schon Ausgegeben Was wir hier gefunden Haben Dead Bush Enderman Scheiße Wo ist der Enderman hin Da Leggen Enderman Oh scheiße Enderman Und Creeper Keine geile Idee Wo ist der Da Komm Ja Wo ist der hin Ich habe keine Ahnung Es war vielleicht Überhaupt Keine gute Idee Den so anzulocken Und Und Ja Ich glaube Das wird heute nichts mehr Dann werde ich nächstes Mal Mich schön vorbereiten Denn ich habe auch kein Jetpack Zeug mehr So Dann werde ich mich Nächste Woche Oder nächstes Mal Einfach drum kümmern Dass ich mich gut ausrüste Ja Sehr wichtig Meine Entscheidungsfreiheit Die kann sich auch komplett wieder ändern Auf jeden Fall werde ich dann nächstes Mal gucken Wie das mit diesem Schönen Nanosuit Helmet geht Und sonst auch allem Deshalb Bis zum nächsten Mal Hallo Erstmal Kommen die noch dran Das ist jetzt ganz wichtig noch Sonst vergesse ich das das nächste Mal So Mal gucken 46% Boah Das geht ja sau schnell Brauche ich jetzt 10 Millionen EU oder Was brauche ich dafür Äh Komm Was ist denn hier oben Hupsala So 15 Ja Das Ding arbeitet noch schön Ich glaube wir brauchen dringend So eine Cobblestone Maschine Und jede Menge Scrap Um den Profitabel zu gestalten Denn so geht das ja überhaupt nicht Einmal kurz Alles was ich nicht mehr brauche Verbrennen lassen Und mal gucken was rauskommt Bestimmt kommt jetzt ein Stück raus Na Komm schon Es ist nichts rausgekommen Noch schöner Und äh Ich probiere ein bisschen Impffleisch Vielleicht ist das auch mal Eine gute Idee Okay Es ist vielleicht Keine so gute Idee Aber es ist cool Sehr cool Komm Andere Das andere Das andere esse ich auch nochmal Passiert ja nicht viel So Da haben wir auch noch was Boah scheinbar Ist das ganz nicht richtig Geladen worden Egal Also bis zum nächsten Mal Tschüss Hau rein Bis zum nächsten Mal 터� homelessness Bis zum nächsten Mal isen Ich bin S个 características das andere auf you Das andere Die 是 dass die Die